Hey und herzlich willkommen bei MagSchweiz. Ich möchte heute ein wenig über mich und über diesen Channel plaudern und ja, also fangen wir an. Ich bin der Nikola von MagSchweiz. Ich bin 14 Jahre alt, habe am 23. April 1998 Geburtstag, das heißt ich bin 14 und ja, ich habe eine braune Augenfarbe, habe braune Haare. Trotzdem darf ich mein Gesicht nicht zeigen. Ich bin nicht schwarz. Ich gehe momentan noch zur Schule und ja, ich habe diesen Channel erstellt, aus diesem Grund, weil ich meinen früheren Channel, I Rock My iPod, nicht mehr so gut fand und weil, ja, halt einfach der Name nicht genau passte zu dem, was ich machte. Ja, und so bin ich dann eben umgestiegen. Ja, ich habe natürlich noch eine passende Webseite, die nennt sich magschweiz.square7.ch. Der Link wird dann auch noch verkürzt in späterer Zeit, gerade momentan nicht, aber schon bald. Und hier da werden dann eben alle Podcasts von iTunes, von YouTube und von YouHow hier aufgelistet und die werden dann auf meinem Server oder die kommen dann auch gleich direkt von meinem Server. Also, ist nicht gerade unbedingt der schnellste, aber sollte schon ein ziemlich guter Server sein. Ja, hier da, dieses Movie habe ich nur so als Test gemacht, wie der Titel auch sagt. Und ja, hier da könnt ihr dann auch schauen, welche Videos ich nur auf YouTube hochgeladen habe und welche nur auf YouTube und welche hier nur auf iTunes. Dann habe ich auch noch einen Blog, was rund um Mac Schweiz passiert, wie das läuft, ob ich jetzt irgendwie so einen Crash hatte, weiß nicht. Einfach alles möglich, was im Rundum Mac Schweiz passiert. Dann könnt ihr mich auch noch kontaktieren. Ihr könnt da halt einfach euer Kontaktformular ausfüllen. Ihr könnt da auch selbst Mitglied werden. Ihr müsst da einfach eure Daten ausfüllen. Es sind nicht so extrem persönliche Fragen. Ihr könnt einen Fehler melden, wenn ihr einen seht. Und wenn ihr Ideen habt, zu einem Design zum Beispiel, oder wenn ihr Ideen habt für ein Video oder so, dann könnt ihr mir das hier da unter Kontaktideen aufschreiben. Natürlich bin ich auch auf sozialen Netzwerken. Twitter wird noch folgen. Skype habe ich schon. Da wird aber noch ein neues Konto erstellt. Dann sieht hier das Team. Momentan bin ich ein Ein-Mann-Team. Und ja, da bin ich. Das ist mein Auge. Meine Funktionen und meine Hobbys. Da hier oben seht ihr dann noch, was ich genauer mache. Wenn ihr hier drauf drückt. Eben hier der Name, Nikolaas Nachname darf ich nicht verraten. Alter 14, Geburtstag schon verraten. Hobbys, Computer, Velo fahren, Lieblingsfilm, die neuesten, spannendsten und Actionfilme. Lieblingsmusik, neuesten Musik, Hip-Hop-Boden, Rap und Dance. Und Lieblingsessen, Pizza Hawaii. Und Kebab. Und dann hier dann noch Mitglied werden nochmal. Ja, dann bin ich eben auch noch auf Newhow da. Hier, da werden dann auch noch Videos folgen. Und, und, und. Hier, da habt ihr dann direkt Links zu meinen Channels, also YouTube und auf magschweiz.square7.ch. Dann eben, wie schon gesagt, bin ich auch auf YouTube erhaltlich. Jo, und dort werden dann auch noch Videos folgen. Auf iTunes, hier da unter iTunes Store, unter Podcasts, da werden die Podcasts dann auch noch stehen. Ja, ähm, das war so eigentlich, ach ja, ich habe noch vergessen euch zu sagen, über was ich eigentlich berichten möchte. Und zwar ist es eigentlich hauptsächlich so Mac-Software-Tweaks oder, ähm, iPhone, iPod-Software-Tweaks. Ähm, auch Jailbreak teilweise und, und, und. Und, ja, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss Leute, macht's gut.